Hallo Welt! Wir trinken heute Valdi Valdemar! So, das muss reichen. Mit Essen tun wir etwas unfassbar Leckeres. Also sieh das da. Was ist das? Das ist ein Nudelauflauf mit Blumenkohl Kalorienarm gemacht. Kalorienarmarm, Nudelauflauf. Wie viele Kalorien da drin? Das ganze Ding hat ein bisschen über 800 Kalorien. Ich zieh hier wieder Kalorien. Das ist aber ihrs. Ich esse nur ein Brokkoli manchmal weg. Für mich gibt es tatsächlich Bämme mit Brot. Stulle mit Brot und Bämme. Der Autofokus geht euch gar nicht. Dazu ein Ei. Das ist nur meine Nebenspeise. Meine Hauptspeise ist Mikrowellenfraß. Das sind wir. Und im Zuge des gehobenen Dosenfraßes echtes Nicht-Fleisch-Gemüse-Ravioli. Mit echtem Nicht-Fleisch drin. So, das ist heute mal Essen. Jetzt zum Nachtisch noch ein paar. Vielleicht Lebkuchen. Und heute haben wir ja nebenbei gedreht das Mozartkuchen-Video, was auch ein eigenes ist. Und dann esse ich da das. Action. Das jetzt für mich zum Nachtisch. Das für sie zum Nachtisch. Und vielleicht noch... Die von mir hier draußen gelagerten Fokus. Was ist das? Mozartkuchen. Und dann verabschieden wir uns mit leckerem... was auch immer. Blumenkohl. Genau. Und Waldi Waldemar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.